Den Ahornsirup leicht karamellisieren lassen und dann beiseite stellen. Dann die Rinderfiletspitzen scharf anbraten, mit den Herzoginnen Kartoffeln schön anrichten und dann die Schalotten in den Ahornsirup und mit einem Spritzer-Balsamico-Reduktion noch drüber und dann den Saucenspiegel direkt neben die Rinderfiletspitzen. Logisch. Genauso. Perfekt. Dankeschön. Gelassen durch die Mittagspause. Der neue Ratgeber für Kantinengänger.